Ein intelligentes Fahrradpedal wurde auf die PES vorgestellt. Das Ganze ist mit GPRS, also einer SIM-Karte ausgestattet, und GPS und Bewegungssensoren. Das Fahrradpedal weiß also, wohin man fährt und wie viele Kalorien man dabei verbrennt. Das smarte Pedal ist mit jedem handelsüblichen Fahrrad kompatibel und lässt sich einfach auf die entsprechende Haltung aufstecken. Und anschließend festschrauben. Interessant dabei ist, dass es Strom durch die Bewegung gewinnt. Das heißt, wenn man damit fährt, wird es automatisch aufgeladen. Der Akku soll insgesamt bis zu drei Jahre halten, laut den Herstellern. Die Informationen dabei werden über die integrierte SIM-Karte zu einem Server geschickt. Von dort aus kann man sie per Smartphone abrufen und hat dann entsprechende Infos, wo ist man gefahren, wie schnell ist man gefahren, wie viele Kalorien hat man verbrannt und ähnliche Sachen. Gedacht ist das Ganze nicht unbedingt für Profisportler, da Profisportler spezielle Pedale haben. Dieses Pedal ist eher für den Fahrradfahrer gedacht, der jeden Tag in die Arbeit fährt und vielleicht detaillierte Statistiken darüber haben möchte, wie schnell er fährt, welche Strecken er fährt, wie viele Kalorien er verbrennt und wie sich das auf dem Körper auswirkt. Das Ganze soll noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Preis oder ähnliches ist noch nicht bekannt.